Okay. Nicht reden challenge? Spontane nicht reden challenge? Ja, okay, gut. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, 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 Zeichen. Also ganz spontan, wir dürfen nicht miteinander reden. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, 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 Zeichen. Wo bist du, bist du, bist du, bist du? Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Aha, ist jetzt schon angemacht, okay. Wo bist du? Komm raus. Ich denke mal, sie kommt hoch. Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Da war doch gerade eine Tür. Vielleicht war das ja Foxy. Hier? Wo bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Weg. Wo bist du? Wo bist du? Ja, Atem und Geisterbox, okay. Gib mir ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob wir diese Aufgabe mit dem EMF wieder gebraucht haben. Also brauchen wir Fingerabdrücke, Buch oder Orb. Ich hab mit dem Ravioli gekleckert. Ich hab mit dem Ravioli gekleckert. Ich hab mit dem Ravioli gekleckert. Ich hab mit dem Ich hab mit dem Geisterbox. Ich hab mit dem Geisterbox. Nee, brauchen wir nicht, okay. Foto von Geist, Geister-Event oder Räucherstiebchen. So, ich brauch die richtige Reihenfolge. Ähm. Wie war das? Fingerabdrücke, Buch oder Orbs. Okay. 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 Musik. So. Ok. So leicht läuft die Kommunikation ab, Leute. Wir haben eine wunderschöne Meere, ist das nicht schön? Wir haben eine wunderschöne Meere, ist das nicht schön. Wir haben eine wunderschöne Meere. 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 Und der Wunderschöne Meere. Komm her und zeig dich. Komm reißen und zeig dich, na komm zeig dich, zeig dich, wo bist du, ja wo bist du denn? Komm und zeig dich, komm und zeig dich, komm und zeig dich, komm ich reißen, enthüll mich. Komm reißen, zeig dich, 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 bist mir doch eben hier schon entgegen gekommen, vorhin, als ich raus bin. Ja gut, bringt mir leider wenig, wenn er da gespawnt ist, dann spawnt es beim nächsten Mal wahrscheinlich woanders. Na komm, komm raus, zeig dich, wo bist du. Ja nicht nur stacken, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich mach das mal ein bisschen anders. Okay, alles klar. Ich war ja immerhin noch so kreativ und nett und hab die Sachen im Haus gelassen. Im Keller, wohlgemerkt. Ich nehm mich immer mit. Ich mach das mal ein bisschen. Ich nehm mich immer mit. Na, alles komm und zeig dich. Komm, komm komm komm, komm komm, komm komm komm. Komm her, zeig dich. Na, alles, zeig dich. Na komm, zeig dich. Zeig dich. Wo bist du? Nein! Was war das denn? Hä? Was tut denn jetzt? Zeig dich nochmal. Na komm, zeig dich noch einmal. Bisschen länger diesmal. Und vielleicht hier hinten. Oder so. Na komm, zeig dich nochmal. Mir zuliebe. Na los, zeig dich. Zeig dich. Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Zeig dich, zeig dich. Na, möchte ich nicht. Na komm raus. Na, zeig dich. Na los. Na komm, jetzt zeig dich schon. Kommt zu glauben, dass ich früher mal weggerannt bin, sobald er sich gezeigt hat und heute will ich, dass er sich zeigt. Na los. Probierst du. WDF Leute, Alter. Das könnt ihr mit mir nicht machen. WDF Leute, Alter. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Der hat nicht nur Steppen zeigen. Der hat nicht nur Steppen zeigen. Der hat nicht mehr Lust mehr. Dann geh ich. Dann hast du was du willst. Bist du wieder alleine? Ist es das, was du willst? Wirst du alleine bleiben? Ja, die auch Heidose. Na los. Zeig dich. Zeig dich doch mal. Ich hab jetzt echt langsam keine Lust mehr auf dich, Geist. Komm raus. Und zeig dich. Nicht Licht flackern. Rauskommen. Zeigen. Ist mir zu blöd hier. Hallo, Ball. Hallo, Ball. Hallo, Ball. Tschüss, Ball. Hallo, Ball. Tschüss, Ball. Geister haben nie Lust auf mich. Tschüss. Tschüss. Tödy, ja wo kommst du denn her, mein kleiner? Jypsle. nicht mal mehr 30 prozent sedity obwohl ich die ganze zeit drin war wo ich die ganze zeit drin war meins